Das Klappmesser mit Arretierung ist gerade mal 19 cm lang und ist perfekt für den Mechanikeralltag. Für sicheren Halt ist der Griff extra für die Hand ausgeformt und die Klinge ist teflonbeschichtet. Die Arretierung der Klinge ist im Griff untergebracht und kann ganz einfach gelöst werden. Zusammengeklappt passt das Messer perfekt in die mitgelieferte Tasche, die auch eine Gürtelschlaufe besitzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017